Heute zeige ich euch, wie ihr in Ark Mutagel bekommen könnt. Um Mutagel zu bekommen, haben wir theoretisch drei Möglichkeiten, wovon aber eigentlich nur ein bis eineinhalb Sinn machen. Fangen wir mit der eigentlich unsinnigsten an, die ihr eigentlich nie benutzen werdet, aber ich will sie euch trotzdem mal gezeigt haben. Und zwar könnt ihr Mutagel craften aus Mutagel. Ihr bekommt halt, ich glaube, knapp 400 Mutagel aus vier Mutagel raus. Macht eigentlich relativ wenig Sinn, den Trait zu machen, weil ihr in der Regel auch Mutagel braucht, weil das Eintauschverhältnis nicht sehr ausgeglichen ist. Deswegen ist diese Option eigentlich hinfällig, aber ich wollte sie euch trotzdem mal zeigen. Die nächste Option wäre folgende. Dafür müssen wir einmal hier vorne hin. Und zwar ist hier die Rockwellshöhle oder die Rockwells Innereien, wie auch immer ihr die nennen wollt. Auf den Koordinaten hier, auf der linken Seite von Genesis, ist dann hier der Eingang. Und hier können wir reingehen und dann müssen wir einmal zum Herzen gehen. Ich gehe mal einmal den kompletten Weg mit euch durch, damit ihr wisst, wo das Herz ist. Ich kann hier einmal an der Stelle laggen, weil die Höhle laden muss. Ja, wichtig zu beachten an der Stelle ist auch, dass die Höhle sehr, sehr stark ist. Also hier könnt ihr nicht einfach rein spazieren und lebend wieder rauskommen. Hier kommt ihr in der Regel nicht wieder lebend raus. Auf jeden Fall nach dem Eingang hier, ich habe jetzt den linken Eingang genommen, es gibt auch rechten, der läuft parallel dazu, könnt ihr einfach erstmal in den nächsten Raum gehen. So, wenn ihr den rechten Eingang genommen habt, kommt ihr dann dementsprechend auf der rechten Seite raus. Dann könnt ihr einfach hier durch die Mitte gehen. So, hier unten durch die Mitte, zack. Und dann hört ihr es jetzt auch schon pochen, wenn man hinhört. Ja, jetzt pocht es doch gerade nicht. Aber hier ist das Herz auf diesem, ja, hier an dem Terminal hier. Warum klopft das Herz denn jetzt nicht? Da, jetzt. Ähm, und wenn ihr dann hier seid, dann könnt ihr hier runter gehen, denn hier unten liegt Mutergil einfach auf dem Boden. Und das könntet ihr dann jetzt halt ein, oh, einsammeln, wie ihr sehen könnt. Ich habe jetzt höhere Raids auf dem Server, also ist abhängig von den Raids auf dem Server, wie viele ihr hier bekommt. Aber das können wir jetzt hier einfach einsammeln. Ähm, hier kommt aber, hier müsst ihr auch beachten, dass hier irgendwann Säure kommt. Hier bildet sich einfach Säure nach einer gewissen Zeit. Ich gucke mal, ob das jetzt gleich kommt. Ich warte mal einen Moment und skippe mal eben dem Video. So, da sehen wir jetzt die Säure steigen. Und ihr seht, man bekommt auch guten Schaden davon. Also, wenn ihr hier unterwegs seid, dann achtet auf jeden Fall drauf, dass ihr halt nicht in die Säure geht und, ja, rettet euch an Land rechtzeitig, bevor die Säure euch erreicht. Müsst dann halt warten, bis die Säure wieder abgelaufen ist, bevor ihr weitersammeln könnt. Ja, oh, jetzt habe ich mich erschrocken. Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, Mutergil zu bekommen. Ist meiner Meinung nach nicht die effizienteste, weil erst mal in die Höhle kommen und hier Sachen sammeln, ist halt schon immer ein relativ großer Krampf, weil es einfach anstrengend ist. Alternativ könnt ihr dann aber auch ins Weltraum gehen. Das zeige ich euch jetzt mal eben. So, jetzt müssen wir in den Weltraum. Aber wichtig, welche Biome brauchen wir? Erstmal haben wir zwei Biome, wo wir überhaupt Mutergil bekommen können. Und zwar das Ambergris- und Blackpearl-Biome. Aber ihr kennt das in den Weltraum wahrscheinlich. Es sind immer so viele unterschiedliche Biome, und ihr habt keine Lust, da immer hinzufliegen. Deswegen ein kleiner Tipp an der Stelle. Die Farbe der Loot Drops, die sagt euch, welches Biome gerade ist. Beispielsweise, wenn es weiß ist, so wie jetzt, dann habt ihr da gerade das Ambergris-Biome. Und wenn es orange ist, dann habt ihr gerade das Blackpearl-Biome. Also dann könnt ihr einfach, wenn ihr unterwegs seid, die Loot Drops angucken. Und wenn ihr seht, ey, es ist gerade weiß oder orange, dann wisst ihr ganz genau, ich kann jetzt eine Mutergil-Farm-Session machen und euch einfach mal schnell in der Base equippen und losgehen. So, wir sehen jetzt, wir haben weißen Drop. Und deswegen gehen wir jetzt mal in den Weltraum und holen uns ein bisschen Mutergil. So, noch ein kleiner Tipp, falls ihr noch nicht wisst, wie ihr in den Weltraum reinkommt. Ihr seht hier auf der Map so kleine Brücken. Da an den Stellen werdet ihr in der Regel so durchgehen, wie hier finden. Und hier müsst ihr dann einfach durchgehen. Und dann habt ihr hier sozusagen den Eingang ins Weltraum. Und schon seid ihr da. Jetzt, wie gesagt, ist hier auch gerade das Ambergris-Biome. Jetzt könnt ihr einfach auf eine von den Inseln gehen. So, und dann werdet ihr hier so orangene Steine finden mit so ein paar, ja, silbernen Steinen. So, und die Sachen können wir jetzt einfach abbauen. Also die orangenen Steine hier entweder mit einem Dino oder ihr könnt ihr auch einfach mit der Spitzhacke abbauen. Ich habe jetzt erhöhte Rates, deswegen kriege ich hier relativ viel raus. Das ist normalerweise nicht so. Ihr seht, ihr bekommt Ambergris und manchmal auch Mutergil mit raus. Ihr könnt natürlich auch einfach eure Faust benutzen von dem Peckanzug und dann die Sachen damit zerlegen. Und da bekommt ihr dann auch die Sachen raus. Hier, aus denen bekommt ihr übrigens nichts raus. Da bekommt ihr nur Metal und Stone raus. So, wo haben wir noch was? Da. Also rechte Maustaste gedrückt halten und dann einfach sozusagen einmal hier laden und da drauf gehen und dann bekommt ihr als Nebenprodukt Mutergil raus. Das ist die mit Abstand meiner Meinung nach einfachste Methode, gerade wenn ihr dann irgendwo unterwegs seid und man Run macht, dann kommt ihr schon mit relativ viel Mutergil raus. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie ihr Mutergil bekommen könnt, dann schaut gerne das Video in der Videobeschreibung an oder wenn ihr wissen wollt, welche Dinos ihr da mitzählen könnt, dann schaut euch gerne die Videos an und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut und ciao. Ciao.